Was ist Zystizarkose? Die Zystizarkose ist eine Infektion, die aus der Einnahme eines Bandwurms, Teniasolium, resultiert. Wenn Eier von Bandwürmern in einem Menschen schlüpfen und reifen, wandern sie vom Gastroenterstinal Trakt zu Muskel- und Organgewebe. Zystizarkose kann zur Entwicklung von Läsionen im Körpergewebe führen, die in diagnostischen Pilzkern sichtbar sind. Die meisten Fälle verursachen keine auffälligen Symptome, obwohl eine Infektion, die das Gehirn erreicht, zu Anfällen, Sehstörungen und bleibenden Hirnschäden führen kann. Ärzte behandeln Zystizarkose gewöhnlich mit oralen Medikamenten, um die Parasiten und Steroide zu zerstören, um die Entzündung des Organs zu reduzieren. Die meisten Fälle von Mukoviszidosa treten auf, wenn Menschen ungekochtes Schweinefleisch oder ungewaschenes Gemüse essen, das auf mit Schweinekot kontaminiertem Boden angebaut wird. Die Erkrankung tritt am häufigsten in unterentwickelten Ländern und an Orten auf, an denen die sicheren landwirtschaftlichen und wie wirtschaftlichen Praktiken wenig eingeschränkt sind. Nachdem die Eier aufgenommen wurden, haften sie an der Auskleidung des Magendarm-Trakts, schlüpfen in Larven und wandern in andere Körperteile. Die Zystizarkose hat ihren Namen von den Zysten, die Larven erzeugen, wenn sie zu erwachsenen Bandwürmern heranreifen. Zysten treten am häufigsten im Muskel- und Fettgewebe des Körpers auf und verursachen normalerweise keine körperlichen Symptome. Es ist möglich, dass Larven in die Augen wandern, wo sie verschwommenes Sehen und Netzhautschäden verursachen können, die zur Erblindung führen können. Bandwürmer, die das Rückenmark oder das Gehirn erreichen, führen zu einer sogenannten Neurozystizarkose und können chronische Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Krampfanfälle verursachen. Neurozystizarkose wird als Notfallbedingung angesehen und es ist eine sofortige medizinische Versorgung erforderlich, um dauerhafte Schäden des Nervensystems zu verhindern. Ein Arzt kann durch Computertomographie und Magnetresonantstomographie nach Zysten im Gehirn und anderen Körperteilen suchen. Positive CT- und Magnetresonantstomographie-Ergebnisse zeigen deutlich Läsionen und Entzündungen im Körpergewebe. Normalerweise werden Blut- und Stuhlproben entnommen, damit Laborwissenschaftler das Vorhandensein von Schweinebandwürmern nachweisen können. Die Behandlung von Zystizarkose hängt von der Schwere der Symptome und der Lokalisation der Zysten ab. Bandwürmer in den Muskeln oder im Gastrointestinaltrakt sprechen normalerweise auf orale Medikamente an, die als Antelmyntica bezeichnet werden. Bei Entzündungen des Herzens oder anderer innerer Organe kann ein Arzt orale oder intravenöse Steroide verabreichen, um die Schwellung zu reduzieren. Neurozystisarkosis erfordert häufig Krankenhausaufenthalt, also können Doktoren Symptome überwachen und sicherstellen, dass Lebenszeichen beständig bleiben. Antikonvulsiva werden üblicherweise zur Vorbeugung von Anfällen verabreicht. Bei einer sofortigen Behandlung können sich die meisten Patienten erholen, ohne dauerhafte Gesundheitsprobleme zu erleiden.